Du möchtest endlich in die wohlverdienten Ferien fahren und alle, die an deine Gmx-E-Mail-Adresse schreiben, sollen eine Abwesenheitsnachricht erhalten. Wie du das einstellen kannst, erfährst du in diesem Video. Zunächst, die Einstellungen müssen bei Gmx selber erfolgen, also über das Webinterface, was ja leider hier zugebombt ist mit Werbung. Du kannst das zwar auch in deinem E-Mail-Client machen, also Outlook, Thunderbird, was auch immer, aber dann muss dieser natürlich die ganze Zeit laufen. Hier sind wir ja direkt auf dem Server, auf dem E-Mail-Server von Gmx und können das einstellen und dann wird das auch immer abgesendet. So, ich lobe mich jetzt hier ein, nicht an die E-Mail-Adresse hier spammen, schicken, das wird nicht überwacht. Wir sind in unserer Oberfläche drin und du siehst hier auf der linken Seite ein Zahnrad und dann hast du hier die Abwesenheitsnotiz. So, dann hast du drei Möglichkeiten. Du kannst sie ausgeschaltet lassen, du kannst sie einschalten in einem Zeitraum. Das würde ich dir empfehlen, denn so vergisst du es nicht, wenn du zurückkommst, die wieder rauszunehmen oder immer eingeschaltet lassen und den Text, der da kommen soll, den schreibst du da unten rein. Das ist tatsächlich schon alles. Ich freue mich über Likes und Kommentare und schau dir auch das nächste Video an, was schon eingeblendet ist. Wir sehen uns dort. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Vielen Dank.